Sie sind da draußen. Überall. Wachen über uns. Beschützen uns. Ist das nicht fantastisch? Ein episches Meisterwerk. Mit wahnsinnig vielen tollen, gut animierten, bunten Bildern in 3D. Super Tieren, also vor allem diese Schnecken sollen fantastisch sein. Also es ist ganz geschickt für Jungs und Mädchen angelegt, weil man hat halt eine Liebesgeschichte für die jungen Damen im Kino und auch sehr viel Action für die Jungs. Ich freue mich, dass es so eine Familienpremiere ist und dass auch Kinder da sind, für die der Film ja in erster Linie ist. Und ich freue mich natürlich auf den Film, weil den haben wir so auch noch nicht gesehen, deshalb ist es für uns tatsächlich Premiere. Das ist ein sehr zauberhafter, ein sehr märchenhafter Film. Lasst euch in die Welt hineinziehen und feiert den Film. Komm, du bist jetzt eine von uns. Der war super. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, ja. Man konnte sich so richtig in den Film hineinversetzen. Diese digitale Technik ist unglaublich und die Geschichte ist süß. Bei dem war echt geil, also konnte man gut sehen. Obwohl ich eigentlich dachte, ich bin viel zu alt dafür, aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht. Ich fand es spannend, aber gleichzeitig auch ein bisschen traurig, aber auch natürlich sehr lustig. Niemand kann uns aufhalten. Wer was fragt, ist hässlich. Was? Ach nicht.